Ein gutes neues Jahr für euch alle und heute am 3. Januar geht's hier wieder los und zwar mit meiner beliebten Serie, die ich jetzt wieder hier dieses Jahr etwas mehr machen möchte, nämlich die Gossip News. Gossip Guy und Gossip News passen einfach gut zusammen und hier mal geballt die Themen und Skandale des Tages. Also los geht es mit der Steakhouse-Erbin und einer vermeintlichen Entführung. Jamila Robe rechnet mit Yvonne Wölke ab. Yvonne Wölke schummelt mit dem Alter. Die Bachelors haben jetzt die Kandidatinnen veröffentlicht und da ist vielleicht jemand dabei, der ganz interessant sein kann. Wir schauen rein, das und vieles mehr jetzt in dem Video. Meine Lieben, ja ich bin jetzt zwei Tage später hier ins neue Jahr eingestiegen, aber ich war ja auch in Berlin gewesen und so weiter und so fort und ja, hab ein ganz schönes Silvester verbracht. Also ganz gut ins neue Jahr gestartet, jetzt bin ich wieder hier und jetzt geht's wieder los mit täglichem Content hier auf dem Kanal. Ich hoffe, so eine kleine Pause zwischen den Jahren Weihnachten und Neujahr hat euch jetzt nicht so super gestört und ich hoffe, dass ihr euch freut. Und das könnt ihr gerne mal kommentieren unten, wenn ihr euch freut, dass es die Gossip News so geballt wieder zusammen in einem Video gibt. Da würde ich gerne eure Meinung zu wissen, lasst doch gleich ein Like und ein Abo da, ich freue mich. Und jetzt schauen wir mal rein, nämlich Jamila Robe und Yvonne Wölke und da gibt's wieder richtig Ärger. Ja, da sind die beiden und Jamila Robe wurde ganz viel zugetragen von verschiedenen anderen Personen, die halt ebenfalls in Australien gewesen wären. Jamila im Dschungel war, hat ja Yvonne Wölke auf Jada, auf die Tochter von Jamila aufgepasst. Und der Titel, den die Bild gewählt hat, Yvonne ließ meine Tochter stundenlang allein im Hotel. Ja, jetzt kann man sagen, okay, das Kind ist 13, 14 und dennoch ist es ein Schutzbefohlener, ja. Also da muss eine Aufsichtspflicht einfach da sein, ja. Und Jamila sagt eben auch, das werde ich Yvonne nie und nimmer verzeihen können, ja. Meine Tochter hat mir kürzlich erzählt, dass sie damals in Australien stundenlang allein im Hotelzimmer war und nicht wusste, wo Yvonne ist. Wo Yvonne damals war, bei Peter, ich weiß es nicht. Das sagte zumindest die Tochter. Und Jamila meint eben, dass sie das eben so nicht abgesprochen hätte, ja. Sondern sie wollte ja, dass sie sich um die Tochter kümmert. Und da haben wir ja eben wieder gehört, das Kind hat nicht viel getrunken, das hat nicht viel gegessen. Es war in der Sonne nicht eingecremt und so weiter und so fort, ja. Da haben sich also andere Begleitpersonen dann auch drum gekümmert und das war natürlich relativ, relativ schwierig, ne. Es ist jetzt komplette Eiszeit zwischen diesen beiden. Also man kann mit mir über alles sprechen, aber das geht mit Yvonne nicht. Sie streitet immer alles ab, weiß alles von sich. Und warum sollten mir andere Personen und auch meine Tochter irgendwelchen Unsinn erzählen? Yvonne ist da einfach nicht ehrlich. Und ja, das findet sie traurig, dass Yvonne nicht ehrlich ist. Jamila stellt ja hier generell auch viel in Frage, was eben passiert ist mit Peter Klein, dass da doch irgendwie mehr läuft, dass wir alle groß angelogen werden. Und dass Yvonne natürlich durchaus auch lügt, kam ja jetzt in dem letzten Bildinterview. Sie hatte zwei große Bildinterviews, warum auch immer. Ich finde sie ja als Person überhaupt nicht spannend, interessant oder dass sie irgendeinen Mehrwert hätte, der mich wirklich interessiert. Und hier sagt sie jetzt eben, Yvonne Welke lüftet das Geheimnis um ihr wahres Alter. Oh mein Gott. Ich bin Baujahr 79 und am 18. November 44 geworden. Deswegen ist der Kinderwunsch auch weg. Ich frage mich, okay, muss man jetzt tatsächlich immer noch wegen dem Alter irgendwie ein großes Wohei drum machen? Dann war es ja halt zwei Jahre länger in den 20ern. Okay, aber ja, also sie sagt eben dann auch nochmal angesprochen auf die Thematik mit dem Kind, dass sie keine Sekunde lang einen Fehler gemacht hat und dass sie sich auch nichts vorwerfen kann. Und ja, also auch da wieder eine relativ große Uneinsicht. Ähnlich wie wir das ja schon dann auch hatten beim großen Promi-Büßen. Denn da war sie ja jetzt auch nicht gerade die einsichtigste Person. Kommen wir mal zum nächsten Thema, was ich ziemlich heiß finde. Das ist nämlich das Thema um die Steakhouse-Erbin, die Christina Block, also vielleicht war jemand von euch schon mal im Blockhaus, die haben eigentlich auch ganz leckere Soßen, aber man kann das eigentlich mit den ganzen Skandalen gar nicht mehr kaufen, ja. Und es ist so, dass es hier also einen erbitterten Sorgerechtsstreit gibt. Der Vater lebt in Dänemark, sie in Hamburg. Und ein dänisches Gericht hat also entschieden, nachdem zwei der Kinder freiwillig beim Vater bleiben wollen, dass die in Dänemark bleiben dürfen. Und jetzt wurden die an Silvesterabend entführt, wohl von acht Männern. Und der Ex-Mann hat auch noch ein blaues Auge davon getragen. Also da fuhren zwei Wagen vor, acht Männer raus, haben denen mal schön, zack, eine gewutscht und die Kinder eingepackt. Und man ging erst mal von einer Entführung aus. Und jetzt kam aber raus, dass wohl hinter dieser Entführung Christina Block steckt. Das ist sie, die Person. Und da äußert sich ein Psychologe dazu, was das mit den Kindern macht. Das finde ich ganz interessant. Das hören wir uns mal an, ja. Also die Ereignisse am Silvesterabend waren für die Kinder mit Sicherheit seelisch sehr schlimm. Und man muss sich das so vorstellen, sie waren in einer entspannten Atmosphäre mit ihrem Vater. Und dann plötzlich kommen zwei Fahrzeuge an, schlagen den Vater und zerren die Kinder unter Gewaltandrohung in ein Fahrzeug und fahren weg. Das heißt, die Kinder wussten zu diesem Zeitpunkt ja nicht, was mit ihnen geschieht. Und das ist ein einschneidendes Erlebnis. Es kam wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wenn so junge Menschen in so kurzer Zeit vor eine dramatische Lebensveränderung gestellt werden, plötzlich ein Land verlassen, vielleicht einem anderen Elternteil wieder zugeführt werden, dann ist das für die Kinder ein traumatisches Erlebnis. Und nicht jedes Kind verkraftet dies ohne weiteres. Manche brauchen dann auch eine längere Aufarbeitung des Geschehenen. Also das ist absolut richtig, was er da sagt. Also das muss ich wirklich sagen, das finde ich schon herb, um das mal einfach jetzt so zu sagen, was da generell einfach passiert, dass man die Kinder gerade kurz nach Mitternacht, also Silvester da rausholt, das ist schon eine ziemlich perfide Aktion, wie ich finde. So, jetzt kommt die nächste Frage. Dürfen die Kinder selbst entscheiden, wo sie leben wollen? Im deutschen Recht ist es durchaus so, dass die Kinder ein Mitspracherecht darüber haben, bei welchem Elternteil sie leben wollen. Und das hat auch gute Gründe, denn Kinder müssen sich ja in ihrem Umfeld wohlfühlen. Ein vertrauensvolles, liebevolles Verhältnis zu dem betreffenden Elternteil ist für die Entwicklung des Kindes von hervorragender Bedeutung. Wenn die Kinder noch sehr jung sind, also noch nicht eingeschult sind, dann werden in der Regel die Eltern vielleicht eine Einigung erzielen, mithilfe des Jugendamtes zur Not, wer das Aufenthaltsbestimmungsrecht über die Kinder erhält. Sobald die Kinder aber in ihrer eigenen psychosozialen Entwicklung fortgeschritten sind, ja, und da sagen wir als Psychologen vielleicht so ab siebten oder achten Lebensjahr, können die Kinder durchaus auch entscheiden, bei welchem Elternteil sie selbst lieber leben würden. Solche Entscheidungen, die die Kinder fällen, sind ja nicht in Stein gemeißelt und werden in der Regel auch nach einigen Monaten überprüft und manchmal auch korrigiert. Gut, also ich glaube, dass den Punkt jetzt, den lassen wir jetzt mal aus, wie sich die getrennt lebenden Eltern verhalten sollten, aber ich will jetzt mal eure Meinung wissen. Was glaubt ihr, wie geht es diesen Kindern, wie seht ihr das, wie krass findet ihr es, dass sich dann, Christina Blockmails sagt, die Kinder sind wohl auf und sind bei mir. Es haben Nachbarn die Polizei gerufen, weil dort vor dem Haus eben Autos vorgefahren sind, das alles ein bisschen serviert war, sehr viel, ja, seltsame Menschen wohl irgendwie da waren, also die Nachbarn waren besorgt, haben die Polizei gerufen und daraufhin kamen die dann und Bettina Block gab also ein kurzes Statement ab. Wie findet ihr das, ist das jetzt auf der einen Seite so, dass ihr sagt, okay, ich bin jetzt auch Mutter, zum Beispiel ihr da draußen sagt, ich bin auch Mutter, ich verstehe das, dass man die Kinder zu sich holt, aber ist das der Weg, etwas zu lösen? Wie sehr schadet sie vielleicht dann auch dieser Unternehmenskette, die sie hat? Denn ganz ehrlich, man kann ja jetzt, also ich würde jetzt nicht mehr ins Blockhaus essen gehen, muss ich sagen, also, ja, aber das ist jetzt auch nur meine Meinung, aber wie seht ihr das? Ich will mal eure Meinung da dazu wissen, was ihr da dazu sagt und ob das vielleicht auch noch strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht oder ziehen sollte, das würde ich auch mal gerne euch jetzt fragen. Dann startet ja am 10.1. die Bachelors, also die zwei Bachelors, die sich also jeweils ein Herz aus verschiedenen Frauen aussuchen können bei RTL Plus ab dem 17.1. dann ganz regulär 2015 bei RTL zu sehen und hier, meine Lieben, haben wir jetzt die Kandidaten und ich finde es eigentlich ganz spannend, ich finde, es ist mal eine gute Mischung an verschiedensten Typen, die ich sehr gut finde. Also, es ist einfach alles dabei und wir gehen mal so kurz so ein bisschen durch, ne, über die einzelnen Kandidatinnen, also hier haben wir so die Fraktion Blond, ja, also eine Heilpädagogin, Kinderpflegerin, Friseurin und ein Tourguide ist dabei, dann vor allen Dingen auch zwei aus Österreich, sie ist aus Wien, Annika und Brenda ist aus Wien, also auch nochmal ein bisschen exotischere Typ, finde ich auch gut, ja. Dann Fabienne, Freya, oh, ein schöner Name, ja, und Eva. Dann haben wir hier auch nochmal die Ina mit dabei, die Ina kennen wir aber schon aus Formaten und zwar Millionär sucht Liebe, da könnt ihr mal reingucken, bitte, denn da gab es zum einen ein Interview mit Ina und eine tolle Reaction, das war eines meiner Lieblingsformate. Millionär sucht Liebe gibt es hier auf meinem Kanal alle Reactions dazu und auch ein Interview mit Ina und ich freue mich, sie mal wieder in einem Format zu sehen, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil sie auch jetzt nicht der stereotypische, magersüchtige Typ ist, sag ich mal, also jetzt nicht hier die, sondern eben auch mal wieder, mal kurvige Frauen dabei sind und das finde ich sehr gut, ja. Das finde ich richtig gut und also so richtige, ja, Vollblut-Frauen. Die Kim Iva ist die Schwester übrigens von Jana Maria, ja, und aus Marbella, dann haben wir also da wieder ein weiteres bekanntes Gesicht mit dabei und wie gesagt, also auch vom Typ her, also wir haben dunkle Typen dabei, wir haben südländische Typen dabei, exotische Frauen dabei und eben auch einige, die etwas mehr Kurven haben und das finde ich wie zum Beispiel auch die Vivienne richtig, richtig gut, ja. und einige Österreicherinnen. Also ich glaube, dass das ein ganz guter Cast ist, den ich wirklich divers sehe, den ich mir gerne mal angucke, weil es eben nicht nur der klassische Stereotyp ist, wobei man natürlich jetzt sagen muss, die zwei Bachelors, die sind natürlich mega stereotypisch, ja, dunkelhaarig, übelst trainiert, kein Gramm Fett am Körper, ja, sportzüchtig beide, ernährungsbewusst, da weiß ich immer nicht, ob die jetzt tatsächlich sagen, naja, ich mag schon eine Frau mit mehr Kurven, also ich hoffe nicht, dass die sofort aussortiert werden und das fände ich irgendwie ein bisschen schlecht. Wie gefallen euch die Damen, die um diese zwei Männerherzen kämpfen werden, ab dem 10.1. auf RTL Plus und 17.1. linear bei RTL? Und dann gibt es noch ein ganz pikantes Gerücht, Leute, also ich schenke dem Gerücht kein Glauben, aber wir schauen es uns trotzdem an, das Gerücht des Morgens und schaut mal rein. Hat Sänger Tom Kaulitz ernsthaft seine Frau Supermodel Heidi Klum betrogen? Ähm, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weiß nicht, wie ihr es seht, bitte auch mal in die Kommentare schreiben. Das zumindest behauptet seit dem Abend eine Klatschseite auf Instagram. Tom soll demnach fremd geflirtet haben, mit ihr, Vampire-Dioway-Star Nina Dobrev, die übrigens mit ihm hier zusammen ist, Snowboarder Sean White. Heidi soll das Ganze zufällig im Urlaub auf St. Buzz Spitz bekommen haben. Am Strand sei es angeblich beinahe zu Handgreiflichkeiten gekommen zwischen den Ladies. Beweise gibt's nicht und in Heidi Klums quasi 24 Stunden Live-Ticker sahen die Strandtage mit Gatte Tom auch eher so aus. Deshalb glauben wir eher nicht, dass an diesem Gerücht etwas dran ist. Also das glaube ich ehrlich gesagt auch nicht, ja. Denn ich sehe und spüre, da ist wirklich echt eine ganz gute Verbindung zwischen den beiden da und das würde er auch überhaupt nicht riskieren. Interessant finde ich, dass da geschrieben wird, dass Heidi Klum beinahe auf sie losgegangen sein soll. Also das kann ich mir ehrlich gesagt auch so überhaupt nicht vorstellen. Klar, weil schon das Heidi Klum sehr wehrhaft ist, aber das Heidi Klum zu Handgreiflichkeiten neigt, das glaube ich also auch hier überhaupt nicht. Wie seht ihr das? Das sind mal die Gossip News des Morgens oder des Tages. Morgen, ja, ist jetzt schon ein bisschen spät. Aber ich hoffe, euch hat's gefallen und ich freue mich aufs nächste Video. Da gibt's nämlich alles rund ums Dschungelcamp und das wird ein ganz ausführliches, schönes Video. Bis dann. Ciao.